Hi Dennis! Hi Daniel! Du sprengst dir gleich wieder alles in die Luft. So wie es sich gehört. Stell mir vor, wir brauchen die noch. Stell mir vor, wir brauchen Sam noch. Weiß ich nicht. So, wir haben das letzte Mal sehr viel hier an der schottischen Küste rumgeklettert und ich glaube, da kommen wir her. So, von der Richtung her, grob. Ich glaube, das ist jetzt mehr so hier gewesen, damit man sich so ein bisschen beim Kämpfen hin und her schwingen kann. Hätten wir mal machen können. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt bist du wieder irgendwo ganz unten, musst dich wieder hocharbeiten. Ja, wir wissen leider nicht genau, wo es weiter geht. Aber das finden wir jetzt raus. Genau. Bisschen wie im Leben, ne? Man schwingt sich so rum, so ein bisschen Lee, mal la, malo, malo. Irgendwie hier, mal da und am Ende muss man sich irgendwo wieder hocharbeiten. Guck mal, da geht's weiter. Genau. War gar nicht so schwer. Natürlich nicht. Wenn so ein genialer Spieler wie du hier sitzt, dann... Oh! Geht's problemlos weiter. Naja, aber nicht, wenn er die Söldner bezahlen muss. Und hilf mir mal. Genau. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann geht's los. Es ist mir leid. Ja, wir müssen aber durch. Also Sam halt die Fresse. Und hilf. Daniel, verausgab dich nicht. Das ist gefährlich, was du da machst. Da haben Leute schon Sehenschein den Tunnel von bekommen. Kein Problem. Ja, du musstest dich ja auch nicht anstrengen, so wie der arme Daniel. Ja. Du musst dir hier einen Knopf drücken. Mit dem Daumen. Wiederholt. Hoho. Mit dem stärksten deiner Finger auch noch? Oh, scheine Armster. Krass. So. Oh, ich glaub jetzt geht die Rutschpartie weiter, ne? Ja, guck mal da unten. Da kannst du gegenüber an den Basalt ran. Aber noch nicht jetzt, sondern eher... Yes. Schön. Die haben aber auch dafür, dass man... Man kennt immer von dieser schottischen Basaltküste, kennt man immer nur so ein Bild, was irgendwie so, keine Ahnung, das ist vielleicht so 500 Meter breiterer Aufschluss so, ne? Also 500 für alle, die nicht geologen sind, so Aufschluss heißt, wenn man Gesteine sehen kann und da keine Erde drauf liegt oder sonst was. Also, das ist ein Küstenabschnitt, der ist so, weiß ich nicht, einen halben Kilometer lang. Ja. Und da sieht man halt diese krassen Basaltsäulen, so sie übereinander gestapelt. Wie so Pyramiden, natürliche Pyramiden. Und, ähm, das ist jetzt hier irgendwie diese gesamte Umgebung ist irgendwie so, keine Ahnung, Kilometer weit und überall riesige Höhlen und wo man tief fallen kann. Genau, auf Piratenschiffe. Er wollte nur tauchen gehen. Ja. Es ist sogar unrealistisch. Er hat es überlebt. Eigentlich schon. Es war Wasser da unten. Ja, aber ich meine, guck mal an diese riesen Anlagen, sozusagen hier, also natürlichen. Höhlen und so. Alles voll mit diesen cool geformten Basaltzeugen. Das ist, äh... Und Piratenschiffen drinne. Wow! Ja, was erwartet er denn, dass nach Jahrhunderten diese Planke da super stabil ist? Warum ärgert er sich? Wieso hängt die da überhaupt? Weiß man nicht. Vielleicht war da mal ne Brücke oder so. Die Brücke ist schon runtergefallen, aber... Da ist nichts. Wieder erwarten ist da nichts. What a shame. Okay. Sie haben einen neuen Tagebuch. Erstmal was hier ins Tagebuch malen. Wie kann ich denn das Tagebuch... Äh, ich glaube, auf den großen Knopf in der Mitte drücken. Genau. Und dann haben wir da rechts... Du kannst auf Viereck drücken und damit lesen. Äh, Wasserradaufzugssystem. Okay, guck mal hier. Absichtlich versenktes Schiff. Äh, die Schiffe versenkt, um den Eingang zu verbergen. Kann schon sein. Ein Piratenweg. A Pirate Hideout. A Pirate Hideout. Oh, du hast einen Schatz gefunden. Unglaublich. Options. Und... Oh, wir haben einen verpasst. Nein! Wir haben einen verpasst. Ich habe einen verpasst wahrscheinlich. Das glaube ich auch. Ich bin so schlecht. Ich bin so ein schlechter Schatzsucher. Das ist Wahnsinn. Das tut mir so. Dennis, jetzt wo ich wieder im Controller bin, muss ich dich natürlich mit Fragen löchern, die dein Privatleben betreffen. Oh, bitte unbedingt. Dafür sind wir doch hier. Genau. Damit ich mich in 20 Jahren diese scheiß Videos angucken kann und mich schämen kann. Ja. Warte mal. Moment. Wir haben keinen Empfang. Habt ihr keine Sorgen. Gut. Ich las für euch das Licht haben. Danke. Okay. Ich melde mich. So. Privatleben. Privatleben. Und meine Frage zieht darauf ab, oder um rauszuholen. Momentan ist es so, ich habe zu Weihnachten, also es war vor einem guten halben Jahr, einen Film von meinem Bruder geschenkt bekommen. Das war Mad Max. Fury Road. Fury Road. Was für ein Film. Ja. Und seitdem, also seit dem 24. 12. Plan eigentlich mein Wertervater, mein Bruder und ich uns diesen Film anzugucken an einem denkwürdigen Männerabend. Das solltet ihr tun. Das solltet ihr tun. Das solltet ihr tun. Dieser denkwürdige Männerabend hat ein bisschen an Zeit gekostet und so findet er erst jetzt diesen Freitag statt. Da auch meine werte Mutter nicht da ist. Gott sei Dank. Das ist ja auch ein Männerabend. Wobei ihr da leider den falschen Film guckt, weil das ist ja eigentlich ein feministischer Film. Also. Ja, aber wir sind ja. Ihr seid ja aufgeschlossene Männer. Genau. Und jetzt. Trotzdem sind wir froh, dass die Bitches nicht dabei sind. Oh mein, mein, mein. Wie auch immer. Und zwar haben wir uns geplant, was gibt es Männlicheres als bei 33 Grad oder 35 Grad zu grillen und danach diesen Film anzugucken. Ja, aber gut. Und jetzt ist halt die große Frage gewesen. Dismusstaturen. Na klar. Einen Moment, mal ganz kurz gucken. Na klar. Lesen, ich glaub wir sind in einer Piratenhöhle. Danke Sam. Was kann man am besten grillen? Was sind deine Top-Lieblings-Grillprodukte? Oh, machen wir das jetzt wie bei Böhmermann und Schulz. Die fünf großen, ne, definiert von... Genau das wollte ich sagen. Definiert von Weller und Donut. Mach es nicht so offensichtlich. Mir fällt gleich alles hier raus aus den Ohren. Also, mir fällt auch gleich der Schmalz aus den Ohren. Und dazu hab ich noch weitere Fragen, aber die klären wir dann in späteren Folgen. Ah, unbedingt. Sieh dir das an. Oh nein, da würde ich doch nicht meine Hand drehen. Ah, der hat es auch. Hier drin ist dein Griff oder sowas. Na, na dann, dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Äh, ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Du kriegst deinen Haken. Das ist wahre Bruderliebe. Okay, dann mal los. Ein goldener Haken. Wie oft hoffe ich, dass tatsächlich mal in so einem Spiel eine Eier hat, dann zu sagen, ja okay, jetzt ist die Hand ab. Wie geil wär das denn? Wenn du dann jetzt mit dem verletzten Stumpf da irgendwie rumlaufen musst. Voll krank. Hallo, hallo. Bis du eine Prothese kriegst, hm? Interessante Einrichtung. Sieht auch schick aus, hm? Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Hm, das hoffe ich. Sonst ist da kein Schatz. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber... Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Two's Zeichen ist. Was hat er dann mit all dem hier zu tun? Vielleicht haben die sich zusammengetan. Avery und Two. Zwei Piraten. Eine verdammt gute Frage. Ja. Gemeinsam ihren Schatz versteckt. Was glaubst du, wie dieser Typ ist? Wieder ein Kapitel geschafft. Ja. Wie die unwürdig sind, denke ich. Ich glaub, Avery und Thomas Two müssen Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. So schaut's aus. Knallhart. Ich möchte gar nicht die Top 5 haben. Ich möchte einfach nur deine Lieblingsgrillprodukte hören. Okay. Die großen 5. Definiert von Weller und Donut. Eigentlich nicht. Warte mal. Wir müssen ja dem Alphabet noch nehmen. Definiert von Donut und Weller. So. Sehr schön. Ich hab's nur so rum gemacht, weil wir ja schon mal festgestellt haben, dass du eher tendenziell Olli Schulz wärst und ich eher Jan Böhmer. Wir wollen's natürlich mit den Großmeistern nicht vergleichen. Doch, natürlich wollen wir das. Natürlich! Hallo! Entertainment! Ist ja wohl... Genau. Das ist aber mal Schluss. Also, auf Platz 5 meiner Lieblingsgrillgerichte sind mit Frischkäse gefüllte Pilze, Champignons. Frischkäse gefüllte Pilze. Da musst du aber große Pilze kaufen, ne? Ja, da musst du diese großen, also du gehst einfach in Rewe oder Kaisers oder so, wenn du jetzt grad keinen Wochenmarkt um die Ecke hast und kaufst dir halt so Hand-Innenfläche-große Champignons oder sowas. Die gibt's eigentlich immer. Suchst du dir die größten aus aus dieser... Ist ja meistens eine große Kiste. Dann suchst du dir die größten 10 Stück aus oder so. Und kaufst irgendwelchen Frischkäse, da kannst du sonst was nehmen. Philadelphia bis sonst was. Also schneidest einfach die Mitte raus. Schneidest die Mitte raus, genau. Das kann man noch verarbeiten zu irgendwie einem schönen Pilz-Ragout, weiß ich nicht was. Nimmst ein bisschen Zwiebel, schneidest die klein, Frischkäse klein, stopfst das alles in den Pilz rein. Ja. Und dann legst du den einfach für, weiß ich nicht, 10 Minuten auf dem Grill. Oder so. Am besten ja, also mit dem Kopf nach unten. Eine Aluschale? Am besten eine Aluschale, weil sonst werden die zu schwarz und laufen auch ein bisschen aus. Na klar, ja. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Und wenn die fertig sind, wenn man richtig multobene sein will, wenn man nochmal eine Stufe draufpacken möchte, dann kann man noch ein bisschen Petersilie klein gehackt haben und die dann am Ende drauf streuen, wenn es fertig ist. Oh, du bist ein geiler Junge. Weil das ist richtig Hammer. Auf Platz 4. Der Best, der großen 5-Kürger. Und ich muss ja jetzt erstmal meine große 5-Kürger. Ja, sag du mal. Auf meinem Platz 5. Ich muss gestehen, ich habe ja gar nicht ein bisschen verausgedacht, aber ich denke, 5, 5. Ich mache das gleich spontan. Und das auch gleich spontan. Ich stehe wirklich schon auf eine schöne Bratwurst oder auf eine Bratwurst aus Belgien. Ich weiß aber auch, das ist nicht das Nonplusultra. Es gibt bessere Sachen. Deshalb würde ich auf meinem Platz 5 eine französische, belgische Boudin bzw. eine deutsche Bratwurst nehmen. Aber was denn für eine Bratwurst? Es gibt ja ganz viele verschiedene. So eine ganz normale... So eine Nürnberger? Diese kleinen Würstchen? Oder eine richtige große mit grobem Fleisch? Eigentlich sind beide eine schöne Sache. Die Nürnberger sind natürlich bevorzugt. Da kannst du halt mal... Was heißt snacken? Ist vielleicht zu viel gesagt. Meine Freundin mag die sehr. Die Nürnberger. Naja, ich meine, das erinnert sie halt an was, ne? Von der Größe her und... Nur wenn es schlaft ist. Und deshalb... Aber guck mal, was ist denn das jetzt hier? Ein riesen... Das ist doch wieder ein Rätsel, oder? Ist es. Hier müssen wir doch garantiert irgendwas hin und her drehen. Und zwar da dran. Ja, ich ziehe noch schnell die... Hand... Da raus. Oh! Ahem. Vielleicht können wir seine Hand benutzen, weil da müssen wir nicht unsere eigene... Genau. Wer baut denn sowas? Kein Mensch baut sowas, der einfach nur sein Geld verstecken will. Kein Mensch baut sowas. Sieht ja richtig geil aus. Das ist doch scheiße. Ein Eimer. Ein Eimer? Ah. Müssen wir doch jetzt garantiert vollwöhnen mit Wasser. Hier ist doch garantiert irgendwo... Wasser. Ein Wasserspender. Guck mal, da unten ist Wasser. Da ist eine Pfütze. Eimer füllen. Genau. Von einem Bratwurst... Ich verallgemeinere Bratwurst. Auch eine Bratwurstschnecke ist eine feine Sache. Aber auch Bratwurst umwickelt ist eine schöne Sache. Also jetzt mal Butter bei der Fische. Bratwurst, da sage ich jetzt einfach mal... Okay, auf Platz 5 bei dir ist halt eine feine Bratwurst. Ja. Weil ich finde zum Beispiel eine Krakauer ist nochmal was anderes. Das ist so... Das ist im Endeffekt eine Mettwurst in einem Darm, den man auf den Grill legt. Oder eine Chorizo. Ich habe noch nie eine Krakauer oder eine Chorizo gegrillt. Auf Platz 4 der großen 5 wäre die gegrillte Chorizo. Eine fantastische scharfe spanische Wurst, die man tatsächlich nicht Chorizo ausspricht, sondern Chorizo. Für alle, die es nicht wussten. Ja. Das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Der Jerk Thief. Cool. I just stand here. You guys have fun. Okay. Weiß, schwarz, grau ist oben. Weiß, sch... Also grau ist oben, schwarz ist rechts, weiß ist links. Genau. Und einmal ist irgendwo. Also was ist da jetzt wo? Also wir haben jetzt hier... Wir müssen jetzt... Schwarz ist oben, also sprich wir müssen das im Uhrzeigersinn drehen. Ja, probier doch mal. Oh. Du musst ja, also... Warte mal, also der Graue, das ist das Linke, oder? Das ist genau, das ist der Kleine. Das Kleine ist das Graue. Das heißt, das muss nach oben. Das heißt, das Zweite von links könntest du jetzt zum Beispiel drehen. Dann kommt das ja nach oben. So wie ich das verstehe. Dann kommt das ganz nach oben und das Schwarze wird runterkommen. Ja. Genau. Nee, das war falsch. Oder andersrum. Andersrum, bitte. So. Genau. Das ist dann das. So, das Schwarze musste ja nach rechts, ne? Genau, und damit drehen wir jetzt das ganz rechts. Das müssen wir jetzt das ganz rechts einmal nach rechts drehen. Dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir nur noch das Weiße, müssen wir nur noch nach da drüben schaffen. Das heißt, wir müssen das... Genau, das Weiße müssen wir ja zweimal noch, äh dreimal noch drehen. Also das ganz auf. Wir müssen den Eimer auch ganz nach oben bringen, fällt mir gerade auf. Wie, der Eimer muss nach oben? Ich denke auch. Mach mal nochmal auf. Achso. Achso. Doch, okay, jetzt verstehe ich, was du willst. Ja, okay. Der Eimer muss dahin, wo das Graue jetzt ist. Oder was? Genau. Und das muss alles, alles muss sozusagen nach unten. Genau. Der Eimer muss ganz oben sein. Dann lass uns doch erstmal versuchen, den Eimer nach da oben zu kriegen. Genau, und den Eimer kriegen wir nach oben, indem wir das jetzt einmal drehen. Einmal drehen. Haha. Ja, dann drehen wir jetzt den hier. Genau. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal in die Position. Genau. Und jetzt drehen wir das Ding, äh... Das... Das da oben, genau. So. Moment. Du machst das schon. Sehr schön. So, und jetzt haben wir ja... Ja, genau. Den Eimer haben wir jetzt an der richtigen Stelle. Der Eimer läuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Ja, siehst du, da oben ist so ein Kanal, wo dann das Wasser langlaufen kann. Lass ihn da. Genau. Ich bringe ihn erstmal da hin. Genau. Dann ist es immer geschickter die hier weg. Genau, genau, genau. Wo musst du nochmal? Das Schwarze musst du nach rechts? Unten? War das so? Aber wir bringen das erstmal in die Position hier. Genau. Jetzt kannst du das Schwarze schon mal in die richtige Position fahren. Genau. Genau. Da so, genau. Und jetzt wird aber das miese. Kriegen wir doch. Wir kriegen jetzt das nämlich. Zack. Zack. Und jetzt müssen wir halt nur noch das andere nach links kriegen. Das heißt, du musst es nur noch einmal drehen. Aber das Schwarze... Ah! Ne, warte. Ich hab's glaube ich. Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Wir machen erstmal den hier. Dann drehen wir das Schwarze. Also... Auch noch eins. Weg, genau. Zack. Dann kannst du das nämlich frei vor dich hin sortieren. Ne, das ist falsch. Das ist eins rechts davon. Nein, rechts. Das war links. Bist du jetzt ein Mädchen plötzlich? Kannst rechts und links nicht mehr unterscheiden. Hardcore. Das war's nicht, oder? Das war's noch nicht ganz. Äh... Ich hatte irgendeinen schlauen Gedanken. Mach mal nochmal zurück wieder. Also, fahren wir den wieder nach unten. Genau. Ähm... Ich hatte einen schlauen Gedanken, aber hab ich den wieder vergessen. Und zwar müssen wir es hinkriegen. Wenn wir das Ding nach rechts bewegen... Ah! Ja. Ich hab den schlauen Gedanken wieder. Ne, nicht das. Das ist das obere. Das wollen wir nicht mehr. Ganz links. Wir machen nämlich das jetzt so. Zack. Zack. Jetzt erwägen wir das Ding... Nein. Hier. Ja, jetzt können wir es einfach... Genau. So drehen, wie wir es haben wollen. Mehr oder weniger. Stimmt nicht ganz. Ähm... Fahr den mal nochmal weg. Machen wir den Schwarzen nochmal weg. Zudem drehen wir das Weiße Kreuz dann wieder. Jaja. Das ist jetzt egal. Wollen wir das mal weg. Genau. Wenn wir das jetzt drehen... Dann landen wir so. Aber jetzt... Können wir das jetzt nicht einfach... Das... Dann ist halt der Eimer wieder weg. Ja. Ist korrekt. Aber kannst du jetzt nicht einfach... Äh... Die... Das... Das untere Ding zweimal drehen? Bis ähm... Dann ist das alles aus der Gefahrenzone raus, ne? Ja. Nicht alles. Aber so halb. So. Und jetzt kannst du den einmal wieder zurückdrehen. Und dann kannst du das... Genau. Haben wir das kurz mal geparkt. Und dann passt das. Und dann kannst du es unten wieder zurechtdrehen. Dann haben wir gewonnen. Und dann... Fuck you. Wie, das weiß ich richtig rum. Äh... Vielleicht müssen wir jetzt nochmal links das Ding... Gucken nochmal ins Buch. Nur, dass wir uns jetzt nicht total... drinnen. Es ist... Richtig, ne? Schwarz-rechts. Grau oben. Weiß-links. Kann es sein... Kann es sein, dass das Weiße und das... Scheiß. ...Rollende vertauscht sind? Nein! Aber ist doch nicht schlimm, oder? Damit... Ähm... Müssen wir re-denken. Re-finken? Re-finken. Damit bewegen wir erstmal das hier außerhalb der Gefahrenzone. Machen wir mal so diesen Ansatz. Ja. So. Und jetzt... Genau. Dann drehen wir die einfach einmal quer rum. Äh... Wieso hast du jetzt nicht... Einfach das in der Mitte... Äh... Und das untere gedreht? Na gut. Das muss schon seinen Sinn haben. Nee, ich habe jetzt gerade den Faden komplett verloren. Okay. Also... Nun... Ja. Das ist schon sehr gut. So, jetzt... Dreh das mal... Ein bisschen. Genau. Dann... Dann haben wir das... Bestimmt... Äh... Du musst das links drehen, nicht das oben. Ja. Ja. Genau. So. Und jetzt... Ähm... Müssen wir nur noch irgendwie... Das... Das Goldene muss jetzt nach oben, ne? Siehst du richtig? Ja. Genau. Das ist dann jetzt so. Äh... Machen wir noch eins weiter. Dann können wir das Schwarze... Das muss ja da weg. Mhm. Dann können wir das links... Mal wegdrehen. So. 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 Genau. Dann können wir... Können wir uns weiter überlegen, was wir jetzt machen. Ähm... Okay, das nervt. Okay, jetzt müssen wir mal richtig genau nachdenken. Machen wir doch gerade. Ist doch alles gut. Ja. So. Äh... Das wissen wir. Danke, Drake. Ähm... Dreh mal das Goldene auch nochmal weg, sodass wir unten wieder komplett frei haben. Also jetzt rechts nochmal. Genau. Ist wahrscheinlich alles gar nicht so schwer. Ne. Wir hätten es nur gleich richtig machen müssen. Ähm... Okay, wir wollen das Weiße nach links. Das Schwarze nach rechts. Ach komm, fick dich Hinweis. Wir kriegen das alleine hin. Ne, deshalb. Ich möchte keinen Hinweis hin. Also das Schwarze muss nach rechts. Das heißt, wir müssen doch jetzt einfach nur erstmal das Schwarze auf den unteren Dödel bringen. Dann dreh doch mal das links so, dass das Schwarze auf dem unteren Dödel ist. Wir fangen jetzt mal rechts an. Genau. So. Genau. Und jetzt drehen wir den unteren so, dass wir das... Ne, das... Drehen wir irgendwie so. Na... Doch, jetzt ist es gut. Das ist gut. Jetzt passt... Jetzt packen wir das hier nach so hin. Genau, das muss nämlich ja links von dem Schwarzen sein. Und dann packen wir... Das Teil drehen wir jetzt auch noch ein paar Mal. Und zwar so hier und noch eins. Ach, wunderschön. Und damit haben wir es nämlich. Professor Layton wäre stolz auf uns. Wir haben das alles wieder richtig gemacht. Top. Okay, das muss es sein. Er sagt sogar. Und jetzt... Drück mal noch den Knopf. Ziehst du dann am Hebel? Ja. Passt. Oh nein. Diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Ach, halt doch die Klappe sein. Ist ja gut. Schweinerei. Du bist mir einer. Eins, zwei, drei, Schweinerei. Ab. Rein in den... Oh Gott. Genau. Jetzt wo auch klar ist, was hier die scheiß Falle ist. Ah. Cool. Oh, jetzt läuft das Wasser da runter. Kein Nähdamspieß. Kein Nähdamspieß? Hm, sehr gut. Und wir haben nicht mal Hinweis gebraucht. Unsere Klugheit. Ja. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Ja. Aber das stimmt. Oh. Genau. Genau. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit weiteren Indiana Jones-esken Tests und den großen fünf... Der Grillgerichte. Der Grillgerichte von... Definiert von Donut und Weller. Also... Lieb wohl. Bis dann. Ciao. Ciao.